25. Juni 2018 16.33 Max Christiansen unterschreibt in Bielefeld Fußballzeitligist Arminia Bielefeld hat Mittelfeldspieler Max Christiansen vom FC Ingolstadt verpflichtet. Der 21 Jahre alte Silbermedaillen-Gewinner von Rio kommt ablösefrei und unterschrieb bei den Ostwestfalen einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Max Christiansen ist ein junger Spieler, der bereits zahlreiche Erfahrungen in der 1. und 2. Bundesliga gesammelt hat. Wir freuen uns, dass er sich für Arminia entschieden hat und trauen ihm zu, seine sehr gute Entwicklung bei uns fortzusetzen, sagte Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi. Christiansen kam beim FCI in 20 Zeitliga- sowie 30 Erstliga-Partien zum Einsatz und gehörte zum Kader der DFB-Auswahl, die bei den Sommerspielen in Brasilien die Silbermedaille gewann. Christiansen kam beim FCI in 20 Zeitliga-Auswahl, die bei den Sommerspielen in Brasilien die Silbermedaille gewann.